genussfreunde helmut olli und unter und ich habe hier mal kameramann hast du das hier im bild ja also wir machen hat spieße mit ananas paprika speck bacon nacken richtig alles jetzt eingelegt frische ananas die kommen gleich auf den kugelgrill werden schön angesmokt dazu gibt es noch frischen salat aus dem garten freund ist gerade gekommen hat das brot mitgebracht ja und das werden wir uns dann gleich mal zu gemüte ziehen da kommen wir dann noch gleich hin ich zeige euch gleich wenn wir das zeug auf den grill legen dann sehen wir uns dann mal tschüss